Ich möchte kurz eine Erweiterung geben, der Heiko hat ein Video reingestellt, da schauen wir jetzt ganz kurz einmal ein bisschen rein und da möchte ich noch eine Erweiterung dazu geben. Okay. Und zwar tue ich dir jetzt einmal schnell den Bildschirm übertragen. Jetzt sage ich, dass es nicht so okay. Du siehst also schon, der Schiffbrüche ist sehr interessant, wenn wir jetzt die Worte anschauen, das ist bloß ganz nebenher, darum geht es aber gar nicht. Das DR heißt ja, die ist in meiner Berechnung, das ist unsere Generation und jede Generation, jeder Augenblick, der auftaucht und verschwindet, wo man drauf eingegangen hat, ist ja ein Ski. Das ist ein Geschenk, wenn man das hebräisch macht und das Geschenk besteht immer aus zwei Facetten. FF, können wir eine Wellenlinie dazwischen machen, diese zwei Facetten, die 80-80. Und dann kommt ja Beruch, das heißt, das ist etwas im Geist. Okay, man könnte es noch vielfältig anders auch lesen, andere Vorstellungen erzeugen, was ich aber sehr nett führe, das möchte ich ja erweitern in der Trinität. Ich beginne mal hier bei 326 und da hören wir jetzt ganz kurz rein. Okay, ich sage einmal kurz was zwischendurch, weil die Verbindung ein bisschen... Gut, passt, jetzt lassen wir das... Sagen wir mal, wir unterwerfen dieser Welt, diese Welt, dieses Schiffbrüchigen, unterwerfen wir jetzt den normalen Gesetzen der Natur, so wie wir sie jetzt kennen. Das kann man machen, muss man aber nicht. Denn eines ist ja jetzt klar, diese Welt besteht nur in deinen Gedanken. Man mancherweise, ein Stein, den du aufhebst und du lässt den fallen, der fällt nach unten. Dann stell dir einfach mal vor, dieser Schiffbrüchige, der hat jetzt einen Stein in der Hand, du siehst das vor deinem geistigen Auge, dass er einen Stein in der Hand hat, und er öffnet die Hand nach oben und der Stein fliegt nach oben. So, hab kein Problem. Warum eigentlich nicht? Dann wirst du sagen, das ist ja nicht so schwer. Das ist ja alles nur ein Gedanke von mir. Und ich kann mir an dem Denken, was ich will. Richtig. So. Ich gehe jetzt ganz kurz einmal hier dazu. Ich schreibe ganz kurz das Wort hier, das Wort Gravitation. Die normale Logik sagt, das ist ja Gravitation, das wird nach unten fliegen. Gravitation heißt erst einmal Beschweren, Schwersein. Da kommt übrigens auch hier die Schwangerschaft her. Das lateinische Wort, wenn du runtergehst, das ist das Schwere. Und dann kriegst du hier Schwerwerden. Und jetzt kommt Gravito, heißt Schwängern. Du gehst schwanger mit einem gewissen Glauben. Okay? Und in dem Moment, wo du einen Glauben hast, liegt der schwer in dir. Jetzt mache ich das Bild kurz zurück. Dass du mich siehst. Und dieses Beispiel, wo er gerade gebracht hat mit dem Stein. Pass auf, jetzt machen wir mal folgende Metapher. Ich sage, es hat immer alles drei Vorstellungszustände. Du denkst dir jetzt einmal folgendes. Wir denken uns unsere Nulllinie. Okay? Ja. Das ist das Erste. Wir denken uns diese Nulllinie. Und wir sagen, das ist unsere Nulllinie, das ist unsere Wasseroberfläche. Der Schiff brüchig gesetzt in seinem Schiff. Und hat einen Stein in der Hand. Das ist dann etwas über der Nulllinie. Und jetzt wird es interessant. Ich sage jetzt, das ist kein Stein. SD1 heißt ja eine raumzeitliche Erscheinung 1. Sondern wir sagen, der hat einen kleinen Ball in der Hand. Beal heißt in Gott. Wenn er jetzt den loslässt, dann fällt er nach unten. Und zwar aber bloß bis zum Schiffsboden. Er saß bis auf die Nulllinie. Ja. Würde er jetzt sich in den Geist selber befinden, er wäre unter Wasser. Und er würde ihn loslassen, würde er nach oben gehen. Wenn das ein Tischtennisball ist. Aber auch bloß bis zur Nulllinie. Ja. Ich sage immer, das Wasser unten, was du dir als Fläche vorstellst, ist eigentlich Gott. Es ist das All. Wie sieht jetzt das aus, wenn wir im All sind? Ich sage jetzt, im Weltraum. Und ich lasse dann in der Schwerelosigkeit, ohne Gravitation, ohne schwanger zu sein, mit irgendeiner materialistischen Logik. Und ich lasse dann den Ball los. Dann bewegt er sich nicht von der Stelle. Dann bleibt er in der Nulllinie. Weil diese Nulllinie ist es all. Wo die Schwerelosigkeit ist, weil du eben nicht mehr dich beschwerst mit irgendwelchen Gedanken, weil du schwanger gehst mit einer neuen Logik. Gude, das ist ja wieder so greif. Verstehst du? Der Tischtennisball, wenn du unter Wasser bist, in El Hayom, dann steigt er nach oben. Ich sage jetzt zum WC, das ist von der DM von Maharishi die Bubbles. Da gibt es bei Maharishi in der Lehre, gibt es so eine Sache, ohne dass ein Maharishi, den ich mir jetzt ausdenke, das wissen könnte, weil ich mir denke, dass er es nicht wissen kann, ist eh bloß ein Gedanke. Der sagt, wenn du ganz tief in das Meer runtergehst und da entsteht eine kleine Luftblase und die ist durch den Druck. Wir bleiben immer in der Erklärung der normalen Physik, ist die extrem zusammengedrückt. Und wenn die jetzt zwangsläufig nach oben steigt, das heißt, die versucht von dem unten in den Nullpunkt zu kommen, unser Mittelpunkt. Weil dieses rote Meer, jetzt denkt man sehr blaues Meer aus, dann wird die, wenn die hochgeht, aufgrundweiter Druck sich ja immer mehr verdünnt, wird diese Pappel größer werden, wenn sie nach oben steigt. Und wird dann natürlich an der Wasseroberfläche die Aufplatzen und Wellen erzeugen, longitudinale Wellen erzeugen. Ja. Okay? Ja. Jetzt ist es aber so, jetzt denken wir mal ganz extrem, dass ganz unten im Meer, in der Tiefe, in den Abyssus des Meeres, was ja das Zentrum eigentlich bedeutet, wo alles entsteht aus unserem LHJM, wenn so eine kleine, winzige, hochkomprimierte Luftblase ist, ist jetzt dieses eigentliche L. Wenn das nach oben steigt, dehnen die sich ja aus. Und jetzt sagen wir mal, wir haben keine Wasseroberfläche. Dann ist die ganz oben unendlich ausgedehnt und das ist der leere Raum. Mhm. Und wenn wir die jetzt wieder ganz runterdrücken, wird sie komprimiert. Das unten ist L, das ist es nichts und oben ist es leer. Ja, alles und nichts. Mhm. Und den Ball, wenn wir jetzt nochmal haben, wenn du den Ball über die Wasseroberfläche raussetzt, zählt in deiner Logik das Gesetz der Gravitation, dann wird der Tischtennisball auf die Wasseroberfläche fallen. Wenn ich den unter die Wasseroberfläche halte und ich lasse ihn los, wird er nach oben gehen, aber nur wieder bis zu dieser Nulllinie. Mhm. Wenn ich jetzt weiß, dass diese Nulllinie das All ist, der Ball in All, dann bleibt es auf der Stelle, bleibt es im Hier und Jetzt. Das war es eigentlich schon, darum habe ich dich jetzt benutzt, weil ich wollte es etwas genauer machen, dieses schöne, liebe Video vom Heiko in seinem Still, dass da immer noch im Hintergrund noch viel, viel mehr drin ist, wo man sich da genauere Gedanken drüber macht. Okay? Ich stehe dir gerne zur Verfügung. Ja, alles klar. Tschüss. Danke, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.